So, willkommen zurück zu Farmers Dynasty. Ich sammle wieder mal Aufträge ein. Hey Michael, hörst du mal kurz auf? Danke. Lasst uns reden. Oh, hallo. Hi. Ich suche Arbeit. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Ich sterbe für etwas Kürbissuppe. Würdest du mir eine kaufen? Ich hab sogar welche mit. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. 105 Dollar. Danke. Hier ist etwas für dich. Hier bitte sehr deine Suppe. So, und dann können wir die Flötenpakete mal wiederholen. Ah, oder fahre ich sowas halt die Stelle? Da, 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 da. Ach, komm. Ich fahre eine Runde. Drei Kilometer. Da, 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 da. Die Kuh steht immer noch dort. Da, 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 da. Tira, la, la. Ah, scheiße. Wäre ich doch mal mit dem Bus gefahren. Da, 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 da. Scheiße. Ähm. Da, 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 da. Tira, la, la, la. Ähm. Wobei. Ich spring mal schnell nach Hause. Mit Hannah hatten wir ja noch nicht geredet. Ja, hat er vorhin noch geschlafen? Ich bin beschäftigt. Ja, ist doch in Ordnung. So, jetzt aber. Ich, äh, brauchst du irgendwas? Okay. Ähm, ich bin auf dem Weg zur Arbeit. So, jetzt sagen wir natürlich, dass wir dich noch ganz doll mögen. Hallo, meine Schönheit. So toll, dich zu sehen. Nun, danke. Das ist nett von dir. So. Und jetzt fahren wir doch mit dem Bus. Pam, 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 da, runter. Hm, 500 Meter einmal joggen, bitte. 400 Meter. 400 Meter. 200. 200. Ähm, da ist Steve. Bei den Hühnern. Hi Steve. Ich bin wegen dem Paket hier. Wow, nicht so nah. Hier ist es. Ähm. Und das andere auch? Okay, danke. Ähm. Bushaltestelle einmal da. Wir fahren zu Janet. Und dann mit dem Bus Richtung Stadt. So, erst zu Janet. Gehen wir dann nach Hause dann zum Bus. Da, 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 da. Unser Feld, das ist noch nicht so weit. Nächstes Jahr haben wir Geld ohne Ende. Hoffe ich mal. Hoffe ich mal. Überall Blumen. Überall Blumen. So. Aussteigen. Aussteigen. Hier ist das Paket, um das du gebeten hast. Danke. Hier ist etwas für dich. Danke. Wo ist mein Auto? So, da. Und ab nach Hause. Hier ist das. Da, da, da. Da, da, da. Da, da. Da, da, da. Da, da. 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 Das könnte sich zum Positivens anziehen. Hier ist das Paket, um das du gebeten hast. Danke. Hier ist etwas für dich. Sehr beunruhige emple straight. Danke. So. Und das war der letzte Auftrag. Ähm, wir könnten mal was essen. Ähm, Hofstadt-Tist. Paprika. Wir schauen mal schnell. Okay, also Hanna kümmert sich super um die Blumen. Hm, Känzeeier. Na? Zack. Und Enten, ah ja. Bei dir hatte ich glaube ich schon. So. Ach, Milch kann ich auch noch sammeln. Na gut, dann ab hier zu machen. Paprika, Paprika, Paprika. Was haben wir denn noch so in unserem Lager? Chili, ähm, Melonen. Hm, hm, hm. Zucchini. Bauen wir ein paar Zucchinis an. Nein, 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 und das ist auch alles nichts. Na gut. Gut. Hm, Feuchtigkeit. Feuchtigkeit passt. Machen wir das noch zu? Gut, kümmern wir uns um die Kühe. Da, 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 da. Da, 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 ein wenig melken. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Moo, moo, moo. So, dann noch die Hühner kontrollieren. Dann ist auch schon wieder alles erledigt. Na, da, da, zack, zack. Da, 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 da. Uhrzeit, es ist elf. Hannah steht in der Küche, na gut. Vorratslager, wie sieht's da aus? Könnte ich mal vier ins Lager packen? Äpfel 22 mal ins Lager. Ja, da, 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 da. Paprika. Und... Das wär's erst mal. Dann würde ich sagen, gute Nacht. Da, 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 da. Nächster Tag. Hi, Rex. Rex, bleib stehen. Bitte sehr. Hofstatistik. Ach, Kuhfutter wollten wir doch auch noch schauen. Chili, bereit zur Ernte. Ich bin mir nicht sicher. Ob die mich da jetzt nicht reinlegen wollen. Doch. Wow. Da. Zucchini, Zucchini, Zucchini. So. Gepflanzt hier hinten. Das ist noch nicht so weit. Und die Tomaten auch nicht. Öffnen. Schließen. Schauen wir mal. Tomaten liefern. Boah, nö. Transport. Repariere ein Gebäude. Okay, einmal am See. Einmal am See. Okay. Ähm. Schnell zum Nachbarn noch mal schauen. Schön, Sie zu sehen. Kann ich helfen? Steigen die Preise, fallen sie. Was sagst du? Na, was brauchen Sie? Am liebsten wären wir Tomaten. Die behalte ich aber mal. Es steigt weiter der Preis. Hm. Na gut. Äh. Ob unsere Frau schon aufgestanden ist. 30 Tomaten. Könnte ich eh nicht machen. Hannah? Wo bist du? Ach hier. Hallo. Das volle Quatschprogramm. Liebling. Hallo, Liebling. Liebling. So. Schön, dich zu sehen, meine Liebe. Schön, dich zu sehen, meine Liebe. Wie geht es dir? Die Kühe machen Arbeit, aber die Milch ist köstlich. Ja, das stimmt. Und das zusätzliche Geld ist es wert. Ja. Äh. So. Du siehst wunderbar aus. Meine Liebe, du bist so schön wie ein sonniger Morgen. Du bist ein echter Charmeur, oder? Ja, bin ich. Hallo, Schnuckelchen. Hallo, Schnuckelchen. Brauchst du irgendwas, Schatz? Nein, im Moment nicht. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Genieß den Tag. Auf Wiedersehen, Schatz. Auf Wiedersehen. So, jetzt aber genug gequatscht. Streichen wir nochmal den Hund. So. Ende für diese Folge. Tschüss. Ciao. Bye, bye.